40 Grad. Ist das heiß heute? Nicht nur Anna und Magnus bekommen den Klimawandel im Sommer zu spüren. Aber was tun? Magnus weiß, dass die Energiegewinnung eng mit dem Klimawandel in Verbindung steht. Wir brauchen Energie zum Beispiel, um uns fortzubewegen oder für die Lebensmittelversorgung. Deshalb hat er sich vorgenommen, konsequent auf das Fahrrad umzusteigen und saisonal einzukaufen. Aber manchmal fragt er sich, ob all diese Bemühungen wirklich ausreichen. Denn wo kommt eigentlich all die Energie her, die wir tagtäglich nutzen? Was macht es für einen Unterschied, ob mein Strom nun aus einem Kohlekraftwerk kommt oder aus einer Solaranlage stammt? Gut, dass sich Anna genau mit dieser Frage beschäftigt. Sie arbeitet als Wissenschaftlerin am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse in Karlsruhe, kurz genannt ITAS. Anna und ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft untersuchen, wie nachhaltig die Energiewende in Deutschland heute bereits ist und wie sie in Zukunft aussehen könnte. Sie orientieren sich dabei an 15 Nachhaltigkeitsregeln, die unterschiedliche Bereiche abdecken. Um zu überprüfen, ob die jeweiligen Regeln bei der Energiewende ausreichend berücksichtigt werden, entwickeln sie passende Anzeiger, auch Indikatoren genannt. Diese machen den Trend der letzten fünf Jahre sichtbar. Außerdem vermitteln sie einen Eindruck, wohin es in den nächsten Jahren gehen könnte. Aber was genau untersuchen Anna und ihr Team? Welche Faktoren spielen eine Rolle? Der Maßstab ist, inwiefern unser Umgang mit Energie heutige und zukünftige Generationen beeinflusst. Beispielsweise entstehen bei der Energiegewinnung Abfallprodukte, die das Leben auf der Erde gefährden. Es muss dringend darauf geachtet werden, dass die Umwelt nur eine bestimmte Menge an Schadstoffen und Treibhausgasen aufnehmen kann. Warum ist das so? Die Atmosphäre ermöglicht uns das Leben auf der Erde. Pflanzen können durch Photosynthese das Treibhausgas CO2 umwandeln. Sie binden den Kohlenstoff und geben lebensnotwendigen Sauerstoff ab. Neben der Vegetation gibt es weitere Speicher wie den Ozean oder den Erdboden. Diese Aufnahmefähigkeit der Umwelt ist natürlich begrenzt. Darum müssen wir genau darauf achten, wie viele Treibhausgase durch den Menschen in die Atmosphäre gelangen. Schon kleine Veränderungen in der Atmosphäre können erhebliche Auswirkungen haben. Kurz gesagt, je mehr Treibhausgase, desto mehr heizt sich die Erde auf, sodass Extremwetter häufiger auftreten und die Meeresspiegel steigen. 40 Grad ist das heiß heute. Nicht nur Anna und Magnus bekommen den Klimawandel im Sommer zu spüren. Aber was tun? Magnus weiß, dass die Energiegewinnung eng mit dem Klimawandel in Verbindung steht. Wir brauchen Energie zum Beispiel, um uns fortzubewegen oder für die Lebensmittelversorgung. Deshalb hat er sich vorgenommen, konsequent auf das Fahrrad umzusteigen und saisonal einzukaufen. Aber manchmal fragt er sich, ob all diese Bemühungen wirklich ausreichen. Denn wo kommt eigentlich all die Energie her, die wir tagtäglich nutzen? Was macht es für einen Unterschied, ob mein Strom nun aus einem Kohlekraftwerk kommt oder aus einer Solaranlage stammt? Gut, dass sich Anna genau mit dieser Frage beschäftigt. Sie arbeitet als Wissenschaftlerin am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse in Karlsruhe, kurz genannt ITAS. Anna und ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft untersuchen, wie nachhaltig die Energiewende in Deutschland heute bereits ist und wie sie in Zukunft aussehen könnte. Sie orientieren sich dabei an 15 Nachhaltigkeitsregeln, die unterschiedliche Bereiche abdecken. Von Gesundheitsfragen über den Schutz von Ökosystemen bis hin zum Zusammenhalt in der Gesellschaft. Um zu überprüfen, ob die jeweiligen Regeln bei der Energiewende ausreichend berücksichtigt werden, entwickeln sie passende Anzeiger, auch Indikatoren genannt. Diese machen den Trend der letzten fünf Jahre sichtbar. Außerdem vermitteln sie einen Eindruck, wohin es in den nächsten Jahren gehen könnte. Aber was genau untersuchen Anna und ihr Team? Welche Faktoren spielen eine Rolle? Der Maßstab ist, inwiefern unser Umgang mit Energie heutige und zukünftige Generationen beeinflusst. Beispielsweise entstehen bei der Energiegewinnung Abfallprodukte, die das Leben auf der Erde gefährden. Es muss dringend darauf geachtet werden, dass die Umwelt nur eine bestimmte Menge an Schadstoffen und Treibhausgasen aufnehmen kann. Warum ist das so? Die Atmosphäre ermöglicht uns das Leben auf der Erde. Pflanzen können durch Photosynthese das Treibhausgas CO2 umwandeln. Sie binden den Kohlenstoff und geben lebensnotwendigen Sauerstoff ab. Neben der Vegetation gibt es weitere Speicher wie den Ozean oder den Erdboden. Diese Aufnahmefähigkeit der Umwelt ist natürlich begrenzt. Darum müssen wir genau darauf achten, wie viele Treibhausgase durch den Menschen in die Atmosphäre gelangen. Schon kleine Veränderungen in der Atmosphäre können erhebliche Auswirkungen haben. Kurz gesagt, je mehr Treibhausgase, desto mehr heizt sich die Erde auf, sodass Extremwetter häufiger auftreten und die Meeresspiegel steigen. 40 Grad ist das heiß heute. Nicht nur Anna und Magnus bekommen den Klimawandel im Sommer zu spüren. Aber was tun? Magnus weiß, dass die Energiegewinnung eng mit dem Klimawandel in Verbindung steht. Wir brauchen Energie zum Beispiel, um uns fortzubewegen oder für die Lebensmittelversorgung. Deshalb hat er sich vorgenommen, konsequent auf das Fahrrad umzusteigen und saisonal einzukaufen. Aber manchmal fragt er sich, ob all diese Bemühungen wirklich ausreichen. Denn wo kommt eigentlich all die Energie her, die wir tagtäglich nutzen? Was macht es für einen Unterschied, ob mein Strom nun aus einem Kohlekraftwerk kommt oder aus einer Solaranlage stammt? Gut, dass sich Anna genau mit dieser Frage beschäftigt. Sie arbeitet als Wissenschaftlerin am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse in Karlsruhe, kurz genannt ITAS. Anna und ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft untersuchen, wie nachhaltig die Energiewende in Deutschland heute bereits ist und wie sie in Zukunft aussehen könnte. Sie orientieren sich dabei an 15 Nachhaltigkeitsregeln, die unterschiedliche Bereiche abdecken. Von Gesundheitsfragen über den Schutz von Ökosystemen bis hin zum Zusammenhalt in der Gesellschaft. Um zu überprüfen, ob die jeweiligen Regeln bei der Energiewende ausreichend berücksichtigt werden, entwickeln sie passende Anzeiger, auch Indikatoren genannt. Diese machen den Trend der letzten fünf Jahre sichtbar. Außerdem vermitteln sie einen Eindruck, wohin es in den nächsten Jahren gehen könnte. Aber was genau untersuchen Anna und ihr Team? Welche Faktoren spielen eine Rolle? Der Maßstab ist, inwiefern unser Umgang mit Energie heutige und zukünftige Generationen beeinflusst. Beispielsweise entstehen bei der Energiegewinnung Abfallprodukte, die das Leben auf der Erde gefährden. Es muss dringend darauf geachtet werden, dass die Umwelt nur eine bestimmte Menge an Schadstoffen und Treibhausgasen aufnehmen kann. Warum ist das so? Die Atmosphäre ermöglicht uns das Leben auf der Erde. Pflanzen können durch Photosynthese das Treibhausgas CO2 umwandeln. Sie binden den Kohlenstoff und geben lebensnotwendigen Sauerstoff ab. Neben der Vegetation gibt es weitere Speicher wie den Ozean oder den Erdboden. Diese Aufnahmefähigkeit der Umwelt ist natürlich begrenzt. Darum müssen wir genau darauf achten, wie viele Treibhausgase durch den Menschen in die Atmosphäre gelangen. Schon kleine Veränderungen in der Atmosphäre können erhebliche Auswirkungen haben. Kurz gesagt, je mehr Treibhausgase, desto mehr heizt sich die Erde auf, sodass Extremwetter häufiger auftreten und die Meeresspiegel steigen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.